Ich kann mich erst mal auf so groß Ach man, mit der scheiß Schrot, ja Ich hab' ich gar nicht gesehen, weil dem gegenüber hab' ich gesehen Ist das überhaupt nur ein Stockwerk oder sind das mehrere? Das sind mehrere, glaube ich Okay Ich höre irgendwie wieder Autos Markus, hast du irgendwie Autos hochgebracht? Herzhaft jetzt Tatsächlich Ich hab' aber nichts hochgebracht, das Fenster steht Ich hab' die Map ja nicht gebaut Oh, Glück gehabt Der kann nämlich genauso scheiße zielen wie ich Vergiss es, Yvonne Es gibt nur eine blonde Schlampe, die hier rumläuft Die rumläuft Sag dich doch Ja, für den Scheiß Such dir was Ereignes Ich gucke mich auf ein Buch, ich seh' das Lustig, du fliegt Das war eine Haftbombe Na gut, die erste, die ich da gelegt hatte, die ich dann geworfen hat, die hat so wahrscheinlich Nicht mitgeschnitten Deswegen war das wahrscheinlich der Grund, warum Naja Das Paket hatte einen explosiven Inhalt Du sag' ich hab' dich nicht gesehen Du sag' ich hab' dich nicht gesehen Ich hab' dich schon gesehen Aber was hast du da? Hast du eine Mini-Kappen? Ja Ja Wo hast du eine Mini-Kappen? Ja Weiß ich doch nicht Weißt du, wie schießt ihr mit Pistole und was macht der? Der kommt ja auch schon als Mini-Kappen um die Ecke Ich hab' dich einfach irgendwo eingesammelt, gell? Ja Ich hab' dir bestimmt mal ein Munitionspaket geholt, oder so Das Ding hat mich nicht mehr getroffen! Doch Eigentlich Das ist hinter dir hochgegangen Ich hab' dich jetzt auf der anderen Seite gesehen Und dann bist du rübergegangen und da Du bist aber genau reingeflogen Oh! Das tut weh! Alter, hinter mir ist irgendwas Das ist das nicht wahr, denn in dem Moment geht der aus der Scheiß Deckung Also auf der anderen kommt auch noch da, Markus Und dann der, der, der Kumpel davon geworden Ja Der war hinter mir Ich hab' mich dann von zwei Seiten Du stattst auf der einen Seite und auf der anderen Seite kam der da noch Die Welt ist und du zu, die Welt ist unter denen da Ich hab' mich dann dazut ich habe nicht so treffe ich dir nicht hatte der schicke nach vor mir meine charakter zieht sich drüber zieht sich drauf alter diese scheiß granaten die kommen zurück das war mir fast klar ich habe dieses ich habe ich habe das ding jetzt liegen sehen und so schnell kam ich nicht mehr weg ich hier gerade also ich finde es nur eine fernkampfwaffe ha 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 ab der medik an ach man ich komme ich darüber das ist nicht wahr kannst du mich mal ja schießen dass ich habe kaum punkte weiß ich habe hier nichts mehr so lange gekriegt dann darfst du nicht in sackgassen rennen das problem ist wieder zu zweit bei mir ich weiß dass du da hinten nur wo stehst markus mein gesehen habe ich dich das kann ja gut zwei zu streiten kommt ja als nächstes um die ecke du kleiner abstauber ja es wird darum geführt all die staubfädel ja pass auf wenn ich mal wirklich anfangen zu redeln das wird keiner wert sind weil ich lass ja auch von ihr machen das ist nicht wahr was war denn von wem kam diese scheiß granate jetzt wurde mir nicht mal angezeigt von wem die war ich habe die hingelegt weil baby mich erschießen wollte ich bin ein baby vorbeigemann auf die einfach liegen lassen es wurde mir aber nicht angezeigt dass du ja ich weiß dass du den kiel nicht gegeben habe dich mitgenommen aber habe ich auch deswegen habe ich sechs ich habe immer noch sechs punkte ich habe die der kiel der ziel quasi mehr weniger nicht aber egal wer sich dafür mit drauf gegründet war auch jedoch darüber wie du gehst drauf ja hier war ja habe ich mir doch geholt ich glaube der könnte ja noch gezählt haben hat er dennoch gezählt hat er dennoch gezählt der titel war nicht schlecht eigentlich muss ich sagen mehr oder nicht